Jo, so Leute, und weiter geht's mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Mein neuer Computer ist da und ja, also ich find ihn cool, bis auf das alles auf Englisch ist, aber das wird die nächste Zeit dann geändert und ich lege jetzt einfach mal los. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Yeah, Fail. Und da ist auch schon der erste Fail. Wir sehen uns gleich. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Hallo? Hm. Okay. Bis gleich. So, habe ich nochmal meinen Kontrolls eingestellt. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Na, wir wissen's. Jetzt klappt's. Okay. Na, wie haben wir denn jetzt im Team all? Los, Aras. Der F-21. Okay, vorhin ein Schlag. So, du schläfst. Okay, auf sowas achte ich jetzt gerade gar nicht, aber... Na, tschüss Aras. Brauch dich nicht mehr. Haha. Hol mal eben mein Pikachu. Oh, aus Pikachu. Ah, ich war mein Pikachu immer noch. Flam Pikachu. Na, Mann. Ja, Taki, geht mich an. Pikachu, neuer Attacke, lernt. Dann ist die Attacke auf jeden Fall weg. So viel steht fest. Flam, da klappt er jetzt. Natürlich nicht. Warum denn auch? Super-Schall. Pikachu ist verrieren. Wuhu. Epic-Fail-Anfang. Ich kann sofort den Save. Ich glaube, mach ich jetzt auch jetzt reizt mir. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da mal gucken wie das auch gut gemacht hat ich mag mein radikal ein radikal ist mein radikal und ja da konnte radikal noch alles nein 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 ja ihr habt gerade skype gehört und ja ich bin mal lieb wieder weg ja auch bei meinen neuen pc muss ich mir merken immer wenn ich skype immer wenn ich aufnehmen skype offline ja das wollte ich jetzt machen das auf jeden fall nicht so dreht scheiß an ob er möchte kämpfen ich habe nie gewonnen oder aber dass er gar nicht erlaubt worden ist was schickst du in den Kampf ein Kano Kuls pokémon aber meine radikal besser er hat die Beine radikal über zahlen mein radikal mein kaputt korteur aber dort Platz und tot hoher kaufen wurde besiegt da er los ach war will er und dann guck ich mal wegen um erländen wir haben wir auf dem pc dauer schlafen wir gerade eben noch mal die vollversion und worden auch mit dem ich ja gut geht es mein pokémon warum war aber will er auch willig ja also wir sind von rechts geholt kostenlos ja wo das heißt jetzt mal nicht da geht ihr einfach auf youtube und da gibt ihr dann ein vollversion Prozent von raps ja keine lust gegen euch alles aber hier gibt es ein iphone ich weiß ich weiß ok hat nicht so geklappt wie ich wollte ich habe ich war mir ganz sicher dass da hinten es gibt naja warte mal eben ich pausier mal ich will sehen welche pokémon da hinten waren haha alles pausieren heute ja kein pokémon gefunden das mir gefällt hat rote zwölf schläft 1 rilax das ist ja mal heran die josh so ami doch lala 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 luchten wir einfach hier abhauen ich weiß nicht ob wir die schon gemacht haben ach so okay dann ist es haben wir schon gemacht ja mal gucken topschutz ich glaube wir müssen zurück wenn ich mich jetzt nicht okay hier bin ich auf jeden fall schon mal falsch aber wer interessiert hauptsache wir heilen unsere pokémon und ja kommen wir wieder ab mir fällt nichts ein was ich sagen soll ja ich nehme einfach dazu auf und ja da überlege ich mir ja nicht was ich sagen soll jeder haben wir genug top und noch drei ein ja so und ich glaube wir müssen zurück mal eben auf die karte gucken gott ich muss ja den schlimmsten teil erledigen ziel haben wir auch aber karte hier select so okay hier bin ich da höhle näht da muss ich nicht hier den fels tunnel muss ich glaube ich aber noch nicht bekommen muss mir erst einmal ja hier öffnen dann schneider und blitz was blitz aber ein pikachu will ich dann nicht lernen wenn wir einfach mal zurück haben ja auch nie warte das ging so ich glaube muss nur auf den knick der tunnel zurück glaubt das ging so und weiß nicht habe ich eben ein paar verschwendet ich war obi sondern falsch lange ich jetzt schon nicht mehr gespielt habe ich gebe ich doch mit der steuerung mehr aus das liegt nicht daran dass ich auf meinen neuen pc die steuerung anders eingestellt habe dies genau gleich eingestellt warum haben wir noch kein super schutz der arena leite wurde ja von rafa oder von der imporamex gemacht und ja ich weiß es nicht ich bin top schutz gibt mir top schutz aber nicht wollen jetzt nur weil wir keinen top schutz haben mehr los ok und greifen ein die 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 jahre hr 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 eigentlich ganz ehrlich gesagt wird nicht nicht würden einfach mal abfall überraschen und zu sagen und an die dritte wurde zu bieten da wir heißen die drei Warten ein aber nicht so heißen die jetzt in vergesst es einfach mal irgendjemanden schon zerschneider ja das ist ja radikal mit der vorn blitzkanzte höhlen erleuchtet wusste ich nicht lass mich mal nachdenken leute ne da bin ich ja schon wieder am anfang kann nicht mehr stimmen was ich hier eigentlich zusammenrenne eigentlich müsste ich ja schlau sein ich habe ja hat Gold schon durchgespielt ja sieht man wie schlau ich bin ne hat Gold kommen ja die Kantor Region auch vor deswegen beeil dich erzählen screencapture ja ich mag gern Screenshots machen von sie ein reines spieler teile spiel ich betreiben hier muss noch nirgendwo hier muss es noch eine hülle geben ja so er zeigt hat man richtig ausgesprochen doch schon ne ich verschwende hier nur Zeit aber hier waren wir ja auch schon also auf jeden fall fail würde ich sagen ist die aufnahme außer dass er ist der felskunde dann ne ich weiß so viel dass wir doch den felskunden müssen was zum bin hier müssen hier hin und danach hier nein okay ich renne mal zurück bis gleich so warte ich bin wieder in der stadt und mich regt eins tierisch auf das wollen wir gleich mal ja beseitigen ja du gehst auf die box du gehst weg aha ich will keinen Karpfen im team die war die einfach so nett zu infrage sein und ja mal gucken welche punkt von wir beide auch auf der box haben bänke wow also sowieso ist die trainiert im framix gern weil ja so weiter aber der körper war der musste weg da fange ich mir lieber ein garados und dann muss ich nicht so eine scheiß karten herum trainieren jemand für 500 pokedollar gekauft hat ja der würde für 500 pokedollar gekauft weil sonst wäre nicht level 6 so viel dazu war aber wenigstens haben wir etwas in den part geschafft hat okay er war cool attacke und da kommt auch schon der erste rückblick auf die europäische voll langweilig jürgen ja da muss so wissen voll langweilig und da habe ich genau das richtige pokémon vorne ja über seine radikal was war's weil radikal ist ja ein ja ich möchte wechseln ein pokémon normal und normal gegen kampf ist naja also ja ach ich war knarre ich wollte eigentlich Aquaville einsetzen aber das dürfte eigentlich k.o. hauen und das war's dann auch ich bin gespannt wie der sound eigentlich jetzt hier auf meinen neuen pc klingen wird ich hoffe mal gut und das ist alles ah ich will sie wenigstens noch zum Berg also zum Berg bringen ja dumm 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 ey wie wäre es mit einem Kampfer Junge wie wäre es mit einem Kampf mein kleinstein hat einiges drauf los radikal hyperzahn ich glaube das ist nicht sehr effektiv ja das ist nicht sehr effektiv aber kleinstein schreck zurück und nochmal radikal hyperzahn und beim nächsten mal ist er down ein igler los radikal hyperzahn nochmal und da fuck ähm Intensität 7 ja tot ne und damit wähle ich den Part wir sehen uns das nächste mal wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot bis dann und ciao bis dann 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 bis dann